herzlich willkommen und zurück zu let's play ww mit herr gary ist wieder am start so wir wollten hier ein paar aufgaben erledigen für euch genau mache ich auch so helft blutwächter dabei die fossilen machen wir gleich erstmal immer die anderen auch an ich muss näher heran so hier gibt es für drei personen ihr wisst für drei personen das ist also für eigentlich nur dann für uns alleine weil dreier aufgaben die machen wir auch alleine ohne probleme kann man hier irgendwo was verkaufen hier ist eine ruhestein hier kannst du nirgendwo was verkaufen kein händler volk er so lang haben wir das mal aus hier ganz ruhige hand versucht dass wir sie hier nicht zu beschädigen das ist so richtige aufgabe für uns ja wir sind ganz vorsichtig sind wir wo das fossilen das wird immer weiter immer immer weiter frei da brauchen wir mal ein screenshot das sieht auch doof aus was fast vollgelegt den t-rex den t-rex da machen wir das land ihr wisst dass wir wollten das land komplett fertig machen dass wir keine aufgaben mehr hier haben auch schon wegen den rufen allem drum und dran aber ihr seht wir sind immer noch dabei so genau kriegsmodus haben natürlich an die figuren Forscher der archäologischen akademie ok so und das letzte teil hast du gar nicht für eine ich kann mir auch anklicken lebt wohl wir verstecken uns nicht mehr genau ehre den sind ein tötet raubtiere töten oder nicht ruhig oder ist ja kein raubtier so ein bisschen weg suchen dich so mal umbringen das ist doch kein problem für uns ich muss zuerst etwas anvisieren so hier können wir leicht das erste bergen hier bestimmt den roboter dachte ich mir schon sehr schön kannst du auch gleich wieder zurückkommen oder vorne ist ein schatz wenn wir uns holen ich habe kein ziel ich brauche ein ziel schönen guten tag so da vorne kommen wir das nächste sitzen sitzen wir da eigentlich genau erstmal brauchen wir unseren staubsauger das sind die allianz oder was alles klar 120 er wird uns bestimmt gleich umhauen was macht hier ein 120 jahr macht ein allianz war hier was macht der allianz war hier so normal hier soll glaube ich irgendwo ein erz sein ich habe kein ziel sehen wir mal hier ist ein bisschen kraut ich brauche auch noch dazu dann haben wir schon fünf besiegt von acht wir holen uns das kraut der oberen ist der stern mob den müssen wir glaube ich auch sowieso besiegen was ist hier geht das hier lang wir müssen hier irgendwo lang ach ja das ist bestimmt das ist ein skeletten versteinert ist man sieht es auch auf der karte glaube ich das rückgrat das war bestimmt ein riesiger lohr gucken wir mal kurz auf karte ja das war bestimmt ein riesiger lohr sondern jetzt soll er wieder unten sein das finde ich auch toll gucken wir mal wo der sein soll ist hier irgendwo eine höhle gucken wir mal hier da sind wir ja richtig so wir essen erstmal was er ist ja doch für drei mann aber da essen wir mal lieber was so und gegessen und dann können wir pullen so so dunkler wie heißt er dunkler wie heißt er kronist ah du hast keine chance gegen uns so bumm dunkler wie heißt er das soll für drei mann sein ach du mir nicht muss zuerst etwas anvisieren sehr schön haben wir erledigt bis hin macht wieder bekommen da haben wir auch bald ein neues ne einen neuen punkt in unserer waffe heizkette heiz geht das ist ja so wollen wir noch ein paar raptoren besiegen dich ich bin außer reichweite dann brauchen wir noch ein paar fossilien ich brauche ein ziel so kommen wir hier das ist echt geil gemacht danke so da kommt ich können wir schon mal wieder holen dann wollen wir dich auch ran dann haben wir alle besiegt die wir besiegen müssen das platzieren während dass wir kämpfen die sind echt 10 und sich sagen wo unser tier unser tier unser tier unser tier der junge tiron aus rex die sind echt 10 oder gewesen die beiden für unser tier wäre es fast gestorben ich muss zuerst etwas anvisieren das haben wir schon mal geregelt so jetzt hier vorne noch dann ist hier gleich ein schatz den holen wir uns auch noch den schatz den holen wir uns auch gleich den müssen wir hier vorne sein gucken wir mal hier vorne soll irgendwo ein schatz sein da vorne liegt einer hier dich rufen wir auch nochmal was da drin ist in der truhe ein paar kriegsressourcen ja zwei fossilien brauchen wir noch zwei stück ne die firma bestimmt hier vorne gleich irgendwo so wo leuchtet denn hier nochmal ein bisschen der boden hier vorne haben wir drei auf kam abgeschlossen das ist sehr schön saug kleiner roboter saug hätten wir auch gerade ihn wahrscheinlich da hinten benutzen können so und das war's dann können wir die aufgabe abgeben und gucken wir mal was als folgeaufgabe kommt hier ist irgendwo was wo ist hier was da das kraut das holen wir uns auf jeden fall sehr schön dann gehen wir mal die aufgaben ab guten tag unser schicksal erwartet uns norbitos norbitos die finsteren zeiten werden vorüber gehen für den sonnenbrunnen so haben wir ein weiteres level geschafft den nubala trefft euch mit den ok erstmal gucken wir hier so war klar und gegenstand stufe erhöhen so dann treffen muss man mit den lehrling ganz das oben oder unten ich glaube das ist hier unten noch da wären wir mal da ich glaube da hinten lang machen wir mal hier lang ich wollte sagen dass wir nicht alle raptoren mitnehmen da steht gleich einer zack durch die ruinen hier rüber erst klar jetzt kommt es auch noch ein rudeln sind die kleinen groß geworden oder wie so da oben müssten wir uns mit ihnen treffen guten tag ashtorras den ich vertraue auf dass er sich jetzt beschützen ja klar ein saboteur ein zwerg ein dunkel vielleicht zum nächsten da kommt der nächste ich habe kein ziel ich habe kein ziel so konnte noch einer nein ergebnisse sind verwirrend ok und der letzte da gehe ich von außen vielleicht kommt noch einer du hast mich aber gerade ein bisschen erschreckt dass du noch mal hinter kam ich brauche ein ziel da sind die zwerge sind die zwerge gekommen was ist euer begehr dunkel eisen flug tötet sieben dunkel eisen zwerge tötet und platziert einen ok kein problem wir haben auch mal ein paar zwerge töten ja ne ist klar er hat das 5 millionen mount du sag du so sagt dunkel eisen zwerge metzeln kein problem für uns dann immer mal ein trank wir wollen ja heute noch ein bisschen was schaffen ich brauche ein ziel ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren ist klar und jetzt greift uns noch die allianz an zuerst an er h đU bis level 110 120 was soll ich da großartig machen war das ist ein paar andere was soll ich da machen wenn uns 120 angreift sagt okay das war's für uns hast du toll gemacht super der totenbeschwörer gut wo müssen wir denn hin so weit so weit so aber ich danke euch schon mal fürs zuschauen wir werden in der nächsten folge hoffentlich hier weitermachen ohne dass uns der allianz weiter nervt ich danke fürs zuschauen bis zur nächsten folge bei let's play ww bei bürger im lp mit unseren jäger auf wiedersehen tschüss